So, Willkommen zurück. Ah, es sieht so aus, als müsste ich doch nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wir müssen jetzt eigentlich wieder zurück zu dieser, diesem Teil kommen, wo ich die Maschine irgendwie einstellen kann oder bedienen kann, was auch immer. Oh fuck. Ich kann auch schießen anscheinend. Ah ne, kann ich nicht. Ah doch, kann ich. Na egal. Jetzt bin ich schon außen rum. Beziehungsweise bin ich schon durch. Oh. Wir sind wohl doch nicht wieder zurück. Weiter geht's. Oh Gott. Das sieht ja vielversprechend aus. Ich bin etwas ängstlich gerade. Das sind wieder die Scheiß-Piecher. Kack-Piecher, die ich so liebe. Oh, mit einem Schuss gekillt. Nice. Ich will mich nur noch deine Freunde finden. Oh hi. Dann gehen die auf einmal so schnell kaputt. Ich habe nichts verändert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Autsch. Scheiße. Der hat mich gekriegt. Oh, ich muss leiser machen. Lasst mich in Ruhe. Oh, jetzt mal kurz leiser, sonst schreie ich euch so an. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Nein. Du dreckst viel. Jetzt. Oh Mann, ich hoffe, ich habe genug Held. Jetzt. Das war so ein Schrei halt. Oh, tschüss. Okay, ich glaube, das war es erstmal. Oder auch nicht. Oh, fuck. Das musste jetzt überhaupt nicht sein. Diese kleinen Mad-Kills heilen aber auch überhaupt nichts. Und ich habe auch nicht mehr viele Scheiße. Lebt das Ding noch? Ich will keine Munition verschwenden, deswegen... ... lasse ich die Viecher einfach am Leben. Ich bin einfach nur noch raus hier. Das Spiel, das in dieser Umgebung hat es schwierig, viel Erfolg zu machen. Die großen Teams werden immer noch in die älteren, knackigen Webbing getroffen. Es ist kein Wunder in meinem Geist, dass die Geräte vorhanden sind essentiell... ... zur Konfiguration dieser alienen Maschine. Based on my observations des alienen Skriptes... ... könnte es ein bisschen ein Amplifier sein, um die Signal oder die Kraftsitzung... ... wenn es richtig aligniert wird. Ich denke, ich kriege nochmal Fett auf die Fresse... ... bevor das hier zu Ende geht. Ich hasse Fahrstühle, habe ich das schon mal erwähnt? Oh Gott. Oh je, oh je. Das kann ja nur noch besser werden. Hoff's auf jeden Fall. Warte mich, wo ich jetzt hinkomme. Na, schau an. Beweg mich mal lieber, bevor es zu spät ist. Oh, ich soll irgendwas machen. Wow, 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 wow. Komm, hau ab. Gegen den kann ich verliebt machen. Komm. Oh Gott. Fresse bitte. Komm, verreck. Och Mensch, was soll denn der Scheiß jetzt? Oh Gott. Rumpel, du fährst jetzt das. Oh nein. Alter. Schales Chaos. Warte mal jetzt. Ist das vollkommen falsch? Oh, diese Scheißviecher, ne? Oh Mann. Ich kann den nicht grapschen. Achso, ich stehe auch nicht mal auf der Plattform. Fuck. Muss das mal diese Scheißviecher da loswerden. Oh, jetzt stirb halt, du Scheißviech. Danke. So, was genau soll ich hier machen? Ich muss das erstmal so drehen, dass es passt anscheinend. Oder was kann ich mit denen machen? Oh, die kann ich auch drehen, okay. Ey, warte mal kurz, sie schreit noch irgendwo was. Ich komme nicht so weit anscheinend. Wow, was habe ich jetzt in der Hand? Autsch. Ach, komm, jetzt kommt halt her. Ich würde gerne einfach alle Gegner loswerden. Ich muss mal kurz schauen. Das hat so'n Ding, das hat so'n Ding. Das hat so'n Ding, das hat so'n Ding. Oh, schon wieder so'n Vieh, sag mal. Geht's noch? Ich habe keine Munition mehr. Ende Gelände. So, machen wir das mal so. Das passt nicht, oder? Ach doch, das passt. Jetzt muss das nur da drüben passen. Das war Munition, Gott sei Dank. Oh, scheiß, wie. Wieso? Ach, leck mich doch. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geklappt hat. So, jetzt muss das nur noch passen, oder? Passt aber nicht anscheinend. Der hat auch nur so'n... ...gedrehtes Ding und so'n Geradus, ne? Sehe ich das falsch? Ja, hm. Okay. Das heißt... Ich muss den da drehen. ...genau, dann muss der... ...nochmal. Ich hoffe, das passt jetzt überhaupt. So, wie ich mir das denke. Passen die zwei auf jeden Fall. Ah, die passen auch, perfekt. Okay, ich hab's raus. Schätze ich. Wenn's überhaupt so... Achso, wenn's so'n Trottel. Wenn's so überhaupt funktioniert. ...und jetzt das hier. Das müsste jetzt eigentlich passen, oder? Ja, genau. Soll ich jetzt lang wieder zurück, oder wie? Ah ja, okay. Ich heil mich mal noch. So, jetzt guck ich mich hier erst mal noch um. Munition, sehr schön. Izan, was machst du? Wir haben etwas, das schon lange vorhin gemacht hat. Well, stopp' es! Du bist mit Dingen, die du nichts übernommst. Ich bin gleich zurück, Jackass. Okay! So, jetzt bitte nicht wieder den ganzen Weg zurück, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Bitte, bitte nicht. Hut mir das nicht an. Trink mal einen Schluck und bereite mich auf die Hölle auf Erden vor. Obwohl, wir sind gar nicht auf der Erde. Ach, ich soll jetzt wirklich hier zurück? Mit dem ich jetzt verarschen? Oh, nee. Well, you've successfully turned the city into a giant pretzel. Now what? Mr. Serrano is right. I should be able to return to the first activation point to enter the final setting. What happened then? Hey, I work on space ships. Das sind nicht Alien-Maschinen, richtig? Kriege ich erstmal einen fetten Heap. Okay. Okay. Ach, ja. Das sieht wieder so einladend aus hier. Die lassen mich jetzt wirklich den Weg zurück laufen. Das ist nicht der Weg, Isaac. Es gibt ein Zukunft für dich, für alle von uns. Lass mich allein, Danik. Du kannst sie wieder sehen, Isaac. Jeder, den du durch den Weg verloren verloren hast. Es ist ein Zukunft mit keinen Erinnerungen. Ich habe keine Erinnerungen, Danik. Eine Art oder andere, das wird alles überrascht. Isaac! Das scheint deine Erinnerungen zu sein ... Das ist ja nicht so schlimm, wenn es ... ... mehr so wie der Einser ... ... wäre. Also, ich erinnere mich ich ... ... es kann auch sein, dass ich mich falsch erinnere. ... ... es ist schon eine Weile her, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Ich glaube, da war es auch oft so, dass man hinrennen muss, dann wieder zurück. Oh, fuck you. Oh Gott, wisst ihr was? Leckt mich am Arsch. Schau einfach ab. Schaffe ich die im Leben? Vor allem nicht mit der Munition, die ich habe. Lauf, oh Gott, lauf. Oh Gott. Wahrscheinlich werde ich jetzt ausgenockt, während ich gerade irgendwie am Losspringen bin oder so. Die Viecher kommen noch nicht durch. Na, Gott sei Dank. Weil wenn es mehr so Horror ist, hat es mehr so einen Charakter. Okay, geht es den gleichen Weg zurück.